dann mach mal hier mal ganz sauber spritzig weiter dass er hier meine Bestzeit nicht speichert ist nur begreiflich ey nein, ist mir zu hoch ey jedesmal muss ich die Scheiße neu fahren ey, kotzt mich an ey naja, überhol mich du Wichser diese Scheißkante, die kotzt mich an so ein juter Lauf und dann, ey, geht da an ey, ich könnte so was von mh, Motherfucker, alter echt ey kotzt mich an, so was ey das könnte ich ausrasten, ey und wie kann man da so einen Scheiß hinbauen ach, gleich mal dort dummere, verfickte Scheiße hier Boah Mann 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 ey das ist eine richtig verfickte ecke könnte eine schnauze box in dem mapper so eine guten läufe alter schon drei minuten und natürlich immer ein ziel das ist so von behindert und belastend das ist so von der schnauze die schnauze die schnauze die schnauze ich hab beinahe geklappt wieder eh scheißverfickte ecke da ey echt ey ich mach'm arsch hier alter fickt nochmal 5 da hier mann 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 ey ich krieg diese scheiß kurie nicht ey na läuft er dann läuft er mal wieder nicht ey dritter wunderbar aber genau 47 47 007 naja dritter ich hoffe ich kick mich hier wieder keiner runter vom dritten ey aber ich denke mal schon wird passieren ja ja cut 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 ihr mit euren scheißverfickten cut ey das ist kein cut ich das kann ich ja buchteln ey naja sind wir wenigstens super spritzisch dritter hier waren geil bis zum nächsten der runde da runter rein abone ol abone ol abone ol abone ol